Musik Einen wunderschönen Abend 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 Overplay Samma erst mal gucken wenn kann Jetzt wird mal ein bisschen Sonnen verstrahlt. Weil die Sonne untergeht. Ah, den Sonnen. Gut. Schrecklich. Geht gleich los. Gut. Herzlich willkommen. Ich habe keinen Sound. Ich höre wieder nix. Ach man, warum? Warum ist das immer so? Ah, jetzt höre ich wieder was. Oh. Praktisch. Ähm, ja. Kamera ist gleich auch Stummschaltung. Äh, ist vielleicht sinnvoll. Der dürfte passen. Tifa. So. Gleich wieder da. Ja. 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 Vielen Dank. Okay, ich habe heute mal ein bisschen freie Bute. Kann ich gerade mal? Ich werde noch ein bisschen das Zimmer verdunkeln. Aber naja. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Gut. Gut, wir versuchen nochmal bei meiner Chefin anzurufen und fragen, wie es aussieht. Weil sie hat es selber mehr probiert. Und wer den letzten Stream verpasst hat, schämt euch. Schaut ihn gefälligst nach. Da seht ihr zumindest die Anfänge. Ne, ihr seht eigentlich ganz gut, dass ich meinen Job so gut wie möglich wieder zurück habe. Okay, dann wollen wir mal. Castellano? Charity, schönen guten Abend. Sie hatten mich die letzten Tage probiert anzurufen. Genau, das ist richtig. Ich wollte eigentlich fragen, ob sie an dem Abend, also nein, gestern, ob sie gestern kurz Zeit haben. Aber das hat sich dann erledigt, weil wir hatten gestern Essen. Jetzt haben wir heute wieder zwei. Ich wollte mal fragen, ob sie Lust haben, dass ich mir das mal angucken kann. Also so wie es früher war, sozusagen. Genau, einfach, wir haben zwei Geschäftsessen und ich würde da einfach sagen, weiß nicht genau, wie lange es dauert, aber dass wir so machen, wie immer, so wie es drin steht, dass es, glaube ich, 45 Dollar gibt pro Stunde, so ist es, glaube ich. Ja, da gibt es Steuern pro Stunde. Und es wäre eins um halb neun und eins um halb zehn. Wenn sie da Zeit hätten, dann würde ich einfach mal sagen, können sie gerne vorbeikommen und dann arbeiten, wenn sie Lust haben. Gut, dann bin ich gegen halb neun, haben Sie gesagt, das erste Essen? So gegen halb neun, ja. Dann werde ich gegen 20 Uhr da sein und werde gucken, was ich alles verbreiten kann. Okay, alles klar, dann treffen wir uns so 20.15 Uhr, weil ich ungefähr komme. Okay, perfekt. Glaubt mich. Sind Sie noch da? Bitte? Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Okay, es war gerade ganz abgehackt, wahrscheinlich, wahrscheinlich Funkloch oder so. Ja, ich glaube, ich muss mir ein neues Handy mal kaufen. Okay, es ist, also ich bin 20.15 Uhr da, dann sehen wir uns vor Ort. Okay, so verstanden. Ja, alles klar. Dann bis später. Bis dann. 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 Bis dann mal einstellen. Ich muss CS einstellen. TS, CS, 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 CS. Stell mir auf 10. Test, test, test. Test, test. Okay. Okay. Das sieht gut aus. ansonsten das dürfte passen dann dürfte auch das hier klappen das ist okay das ist okay das ja das dürfte klappen er hat mich gerade ein bisschen doppelt kann sein dann haben wir das eingestellt wir haben zwei geschäfts wir halten aufzeigen 20 uhr ins begin Erstes Geschäftsessen um 20.30 Uhr. Erstes Geschäftsessen 21.30 Uhr. Mal gucken, wie das geht. Ich bin noch mal 20 Uhr da. Und dann wollen wir mal starten. Ich geh mal in meine Arbeitskleidung. Das kann ich eigentlich... Ich geh mal einfach das andere mal mit. Oder wir gehen erst mal was elektronisch. So. Ist denn mein Tisch da drüben? So. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. So. Ich hab nämlich so leckeres Essen da. Und ich geh jetzt auch einfach mal essen. So geh ich aber nochmal auf Toilette. So. So. Das muss sein. So. Wir sehen uns gleich wieder. Äh. Da. Dann. und du bist der Person şöyle. Ja. Also. auf find out. Vielen Dank. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Cool. Okay. Okay. Gut. Okay. 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 voll lieben wollen hat mir auch schon aber dich hat mir euch leeren rocco danke für den fall das ist das hier so blöd war mal hier und ist jetzt egal gut aber schön dass es hier ein gut geht das ist doch ein bisschen blöd weil das ist ja eigentlich das sound für die bits naja ok genau ein cent gut ich gönne mir erst mal hier so einen leckeren rap salat gönnen denn ihr würdet es wahrscheinlich noch nicht wissen ich bin aktuell in der fastenzeit als katholik ist kann man ist ein bisschen unterschiedlich wie man das halt dann habt für mich ist fastenzeit halt ich tue halt auch fast was ich bestimme und dann wenn ich es auch meine wenn ich fasten möchte ruhig halt auch dann darauf fasten das ist ja fast ich will es ja auch fast food also jetzt von mir ein leckerer salat darauf kommt noch ein leckeres dressing einfach nur lecker mal gucken wie gut das für meine figur denn ich war tatsächlich heute morgen der waage lag hat mir gesagt bis genau wieder da wo du wieder angefangen hast als bei null ich habe einen schreibtisch ich habe einen schreibtisch So muss hier mal alles eingesaut werden. Obst auch erstmal den schönen neuen Schreibtisch einsäuern. Irgendwann werde ich noch mal einen Vlog machen wie das hier aussieht, weil es so eine kleine Roomtube ist, wenn es deutlich besser aufkommt. Aber fürs heute wird es erstmal dabei bleiben. Es heißt nom nom nom. Decker und Schwatter noch dazu. Bon Appetit. Decker und Schwatter. So kann es weiterfinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Webcam ein bisschen nachruckelt. Ich habe das Müllkrabbe ein bisschen blöd. 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 Anscheinend nicht wirklich. Warte kurz. Jetzt läuft es doch wieder. Jetzt kommen wir wieder an der Tür. Jetzt muss ich meinen Mitbewohner unbedingt aussperren. Wow. Er sagt, er holt sich extra einen Schlüssel mit und dann soll er sich den noch aussperren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, jetzt ist er die Flasche. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ja 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 ist okay ah da muss auch unbedingt noch mal sauber gemacht werden ja ja auch noch ein bisschen auch 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 da noch ein bisschen bis hier bis hier auch noch okay lassen wir das falsch taste ja das war sehr schön ähm der duschen ja 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 aber da hab ich ja 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 arbeitskleidung muss ich werde auf jeden fall nachfragen was von den sachen ist wäre das ist unser question die krawatte fehlt die gehen wir jetzt mal noch holen die 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 Das war's. Das war's. Ich habe immer noch ein Auto. Aber da bin ich ja noch dabei. Ich traue jetzt erstmal, wie es aussieht. Hier ist mein Geldautomat. Ich traue jetzt. Ich traue jetzt mal. Ich traue jetzt mal. Ich traue jetzt mal gucken. Ich traue jetzt mal gucken. So, was sagt dein Konto? Eui, 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 eui. Geld war's komplett weg. Ja, weil ich einmal kurz online war. Nicht mehr zwölf, sondern dann wieder 60 abgebucht und dann... Ja, ist ja, ist ja Zeit, wieder zu arbeiten. Kann ich das mit der Klamotten heute vergessen? Ich traue jetzt mal wieder. Ich traue jetzt mal kurz. Schön. Ich traue jetzt mal kurz. Ich traue jetzt mal kurz. Ich traue jetzt mal kurz. Die doch irgendwie ein bisschen interessant aussehen. Die doch einfach nicht so gut, die doch nicht so gut ist. ist aber nicht sie das hat Das war's, was denn? Ja, mal gucken, was da unten ist. Ein bisschen mal die Wellen beobachten. Keine Ahnung, ich will nicht, dass er irgendwie springt. Ich will mir das nur anschauen. Ja, komm. Gut. Ach ja. Irgendwie ein bisschen interessant. Oder? Trinke ich nochmal einen Schluck. Ach ja. Ach. Ach. Ach, mach mal. Ja. Ja. Die ganze Zeit gibt nicht so viel. Dann würde ich über Platz für die Spiele spielen. Ach da. Zahresstauszeug. Ah. Komm. Hier rein die Stöße. Ah. Geht doch. Falsche Tasche. Ach ja. Ach ja. Ach. Miles in Roller Buster. Fast and over in 60 seconds. Ich bin hier, ich bin hier! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020